Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Sebastian Kisters in Frankfurt. Wie viele Passagiere waren denn betroffen oder sind es noch? Also die Lufthansa rechnet mit 10.000 betroffenen Passagieren. Man muss sich vorstellen, gestern waren einige schon in ihren Flugzeugen und saßen im Flugzeug an der Startbahn, dachten, in wenigen Minuten geht es los, als das Signal kam von der Bundespolizei, alle zurückkommen. Die Flugzeuge sind dann umgedreht, zurück von der Startbahn an die Gates gerollt und alle mussten wieder aussteigen und alle mussten zurück hinter die Sicherheitskontrollen. Weil man dachte, wenn diese Frau tatsächlich etwas wie Sprengstoff in den Sicherheitsbereich gebracht hat, dann könnte sie es ja weitergegeben haben. Und man wusste natürlich nicht, an wen dann möglicherweise. Also hat man alle Flugzeuge zurückgeordert. Die Lufthansa hat dann überlegt, was machen wir mit dieser Situation. Als es dann 7.000 Menschen waren, die sich versammelt hatten, wieder vor den Sicherheitskontrollen, war klar, das wird jetzt nichts, was in einer, vielleicht zwei Stunden zu lösen ist. Man ging da eher von fünf, sechs Stunden aus und hat gedacht, bevor man jetzt nicht nur die Passagiere in Frankfurt verprellt, sondern die auch noch, die eben an anderen Flughäfen warten, in ganz anderen Teilen der Welt lässt man Flugzeuge leer fliegen. 40 waren es am Ende an der Zahl, 12 alleine auf Interkontinentalstrecken, vor allen Dingen nach Nordamerika, das heißt nach San Francisco oder nach Atlanta, nach Dallas, sind Flugzeuge leer geflogen, um Menschen wieder zurückbringen zu können am kommenden Tag. Frankfurt ist ja eine ausgesprochene Drehscheibe. Man muss sich vorstellen, in einem solchen Großraumflugzeug sitzen Passagiere, die hinterher weiter verteilt werden müssen zu im Schnitt 70 anderen Zielen. Das heißt, wenn eine Maschine verspätet heute Morgen reingekommen wäre, dann hätte das Auswirkungen auf ganz Europa, auf viele, viele andere Ziele gehabt. Und sicherlich sind das enorme Kosten, die da entstanden sind. Gibt es schon Schadenersatzforderungen? Die gibt es nicht. Also die Lufthansa ist da auch sehr vorsichtig. Dieses Unternehmen sagt ja immer wieder, Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Und das betrifft natürlich dann am Ende nicht nur die Sicherheit, die man selbst beeinflussen kann, sondern auch jene, die man in die Hände von Wachdiensten bzw. der Bundespolizei legt. Diese Frau, die den Vorfall offenbar versehentlich ausgelöst hat, was weiß man über sie? Es heißt, sie sei Mitte 20 gewesen, hätte zwei Kinder dabei gehabt. Sie soll aus Istanbul gekommen sein und war dann wohl auf der Weiterreise nach Nordamerika, nach New York, Newark, musste eben noch einmal durch diese Sicherheitskontrolle. Und dann soll ein Test ergeben haben, dass offensichtlich eine Substanz an ihr, an einem Kinderwagen, manche sprechen auch an einem Rucksack, haftete, wo man nicht ausschließen konnte, dass es gefährlich sein könnte, Sprengstoff etwa. Das passiert, das ist nicht unüblich, das passiert bei solchen Sicherheitskontrollen immer wieder. Man schaut sich das dann nochmal an und sagt, okay, es war eine Substanz, die vielleicht ähnlich ist zu einer gefährlichen, aber eben nicht jene, nach der man sucht, und dann geht man weiter. Ein Beispiel vielleicht, das ich kenne, auch wenn es einige Jahre her ist, Wenn Gepäck kontrolliert wird, durchleuchtet wird, dann...